Helmut Wagner ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der in der Saison 1978, 79. als Amateur des Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern am 8. November 1978 ein Länderspiel in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure absolviert hat. Als Aktiver von Mainz 05 gewann der Mittelfeldspieler 1982 die deutsche Amateurmeisterschaft. Laufbahn Fußballerisch durchlief Helmut Wagner von 1967 bis 1977 die verschiedenen Ausbildungsabschnitte in der Jugendabteilung des 1. FC Kaiserslautern. Von 1977 bis 1979 machte er seine ersten Schritte im Seniorenfußball in der Amateurhilfe des Bundesligisten in der Amateuroberliga Südwest. Seine Chancen in den Lizenzspielerkader aufgenommen zu werden waren gering. Unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp belegten die Brotenteufel in der Saison 1978, 79. in der Bundesliga den ausgezeichneten dritten Rang und das Mittelfeld war mit Jürgen Groh, Werner Melzer, Reinhard Mayer, Johannes Riedel und Spielmacher Hans Bongartz sehr gut besetzt. Wirklich hilfreich war da auch nicht der Umstand, dass er am 8. November 1978 beim Länderspiel in Den Haag gegen die Niederlande in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure zum Einsatz kam. Bei der 0 zu 2 Niederlage wurde er in der 2. Halbzeit für Gisbert Paus eingewechselt. Zu weiteren Berufungen kam es danach nicht mehr. Zur Saison 1979, 80. schloss sich der FCK Amateur dem ebenfalls in der Oberliga Südwestspielenden FK Pirmasens an. Mit den Blau-Weißen vom Stadion an der Zweibrückerstraße belegte Wagner die Plätze 3 und 4, ehe es ihn im Sommer 1981 nach Rheinhessen zu Mainz 05 zog. Unter Trainer Herbert Dörenberg gehörte Wagner mit 37 Einsätzen und 10 Toren der Stammbesetzung der 05 an und erreichte mit der Bruchwegelf mit Mannschaftskameraden wie Gerhard Bob, Jürgen Jans, Karl Helmut Mehn, Herbert Scheller und Ludwig Scherhag hinter dem FC 08 Homburg die Wietzenmeisterschaft. In den Spielen um die deutsche Amateurmeisterschaft setzten sich Wagner und Kollegen gegen SC Viktoria Köln. FC Hertha 03 Zählendorf und im Finale am 17. Juni 1982 mit 3 zu 0 gegen die Amateure von Werder Bremen durch und holten den Titel nach Mainz. In der zweiten Runde mit Mainz belegte er unter den sich ablösenden Trainern Dörenberg, Walter Ziemer und Ex-Nationalspieler Lothar Emmerich ab dem 29. Spieltag den 8. Rang. Wagner hatte in 38 Spielen 9 Tore erzielt. Im August und Oktober 1982 war er auch im DFB-Pokal in den Spielen gegen die Amateure des 1. FC Köln und den Bundesligisten FC Schalke 04 im Einsatz gewesen. Gegen Schalke verlor Mainz am 16. Oktober 1982 vor 9.000 Zuschauern im Bruchwegstadion mit 3 zu 6 nach Verlängerung. Im Mittelfeld hatten es Wagner und seine Mitstreiter Ott Bob und Scherhardt mit Ulrich Bitscher, Michael Opitz, Manfred Drexler und Hubert Klute Simon zu tun gehabt. Verletzungsbedingt konnte er 1983 84 still nur in 19 Begegnungen auflaufen. Insgesamt wird Wagner bei Mainz mit 155 Spielen und 44 Toren geführt. Nach einem halbjährigen Intermezzo bei Borussia Neunkirchen setzte der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Kaiserslautern ab Januar 1985 bei Wormazia Worms seine Oberligakarriere fort. In der Saison 1985 86 still feierte er mit Worms Untertrainer Heiner Überle mit einem Punkt vor den punktgleichen Teams aus Seimruhr und Trier die Meisterschaft. Herausragende Mitspieler waren in der Meisterrunde die Spieler Walfried Günther, Stefan Kunert, Dieter Gutzler, Jürgen Klotz und Heinz-Jürgen Schlösser gewesen. Worms bekam vom DFB keine Zweitliga-Lizenz und durfte daher nicht an der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga teilnehmen. In den Spielen um die deutsche Amateurmeisterschaft schied er mit Worms im Halbfinale aus. Aufstiegsrunde nach Rückersamruhr stieg in die 2. Liga auf. In der folgenden Runde 1986 87 still reichte es mit Worms zur Wietzenmeisterschaft. Nach insgesamt 82 Oberliga-Einsätzen mit 5 Toren für Worms wechselte Worms in die Oberliga Hessen zum VfR-Büstart. Nach zwei Jahren im Waldstadion bei den Schwarz-Weißen ließ Worms über die Stationen SV Hochheim, Blau-Weiß Worms und den VfR-Alzheim seine Spielerlaufbahn ausklingen.